Hoppla, da fehlt doch irgendwas. Wo ist denn Christinas Hintern hin? Vor exakt einem Jahr sieht die Sängerin noch so aus. Bei den diesjährigen American Music Awards zeigt sich die einst so dralle Lady plötzlich super schlank. Wie ist so eine krasse Veränderung nur möglich? Wir fragen den Fitness-Experten. Christina Agulera hat jetzt innerhalb von einem Jahr so circa 20 bis 25 Kilo abgenommen. Das ist auch für diese Zeit durchaus realistisch. Allerdings, gerade bei dem Bild mit dem weißen Armkleid, sieht man schön, dass die Taille da sehr straffe Haut ist. Das kann sein, dass es da ein bisschen nachgeholfen wurde. So, so. Naja, Hilfe vom Onkel Doc holen sich die Stars ja gerne mal. Die 32-Jährige schwört offiziell allerdings auf Sport und gesunde Ernährung, um sich von der Pummelfee zum Red Carpet-Blickfang zu mausern. Ja, nee, ist klar. Normal sagt man ungefähr ein bis zwei Kilo pro Monat, wenn man konsequent dran bleibt. Na, Christina Agulera ist da wohl ein bisschen konsequenter als andere. Hoffen wir mal, dass der fiese Jojo-Effekt diesmal nicht wieder zuschlägt. Ja, ja, bei Schäfer Heinrich will's mit der großen Liebe nicht so recht klappen. Für eine neue TV-Sendung wird ihm ein ukrainisches Mädel nach Hause geschickt. Die wird auf ihre Qualitäten als Bäuerin geprüft. Erste Teststation, Kühe melken. Dann hat sie sich vor die Kuh gesetzt auf den Melkschemel und dann hab ich mir um ihr gelehnt und hab den so gemolken. Und dann hat sie das nie gemocht. Joa, das war dann wohl wieder nix. Dafür kam ihm bei der Aktion die Idee zu einem neuen Song. Die Muse dafür war allerdings nicht die Single-Lady, sondern, ja, wer auch sonst, die Mutti. Mama hat auch gemolken und hat immer gemacht, strip, strap, strull ist der Eimer noch nicht voll. Und so ist das Lied eben daraus entstanden. Na, wenn das mal kein Hit wird. Tja, Ralle, das war's mit DSDS. Für den GZS-Set-Star ist in der nächsten Staffel kein Platz mehr. Aber, äh, wieso eigentlich? Moderationskollegin Nazan Eckes startet einen Erklärungsversuch. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er hat ja seine Verpflichtung hauptsächlich als Schauspieler und will da jetzt auch weitermachen. Ich weiß, dass er sich um viele andere Dinge kümmern will, andere Pläne auch hat. Ich hab sehr, sehr gerne mit ihm moderiert und ich werd ihn bestimmt vermissen. Och, aber dass es an Rauls straffen Terminplan liegt, glauben wir irgendwie nicht. Vor ein paar Monaten klingt der nämlich noch recht euphorisch. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und deswegen würde ich mich freuen, wenn RTL nochmal auf mich zurückgreifen würde. Tja, schön wär's gewesen. Ein Nachfolger für Raul ist laut Nazan jedenfalls noch nicht geplant. Huch, die ist aber groß geworden. Das ist tatsächlich Apple Martin, die Tochter von Coldplay-Frontmann Chris Martin und Gwyneth Paltrow. Das Mädel ist mittlerweile neun Jahre alt und kommt ganz nach ihrer Mama. Allzu oft bekommen wir Apple und ihren Bruder Moses allerdings nicht zu sehen. Vater Chris ist nämlich ziemlich darauf bedacht, die Privatsphäre seiner Familie zu schützen. Mit allen Mitteln. Der Welt. Der Welt. Der Welt. Der Welt.